Hallo, ich bin Johanna und das hier ist mein Podcast, Calm is your Superpower. Ich spreche hier über das Thema Angst in allen Facetten, über Selbstverwirklichung, Selbstsabotage, Selbsthilfe und über die Metamorphose von vermeintlicher Schwäche in Resilienz und Stärke. Ich möchte dir helfen, deine Angst in Kraft zu tauschen und ich möchte dir zeigen, wie du tiefer fühlst. Darum dreht sich alles bei mir, um mit mehr Leichtigkeit zu leben. Ich möchte dir Mut machen mit wissenschaftlichem Backup und ich möchte uns allen helfen, uns ein kleines bisschen weniger verrückt und überwältigt und stattdessen voller Möglichkeiten zu fühlen. Ich freue mich über deine Fragen, welche aufkommen, zu denen du dir eine Antwort wünschst. Du kannst sie mir schicken über meine Webseite karlajohannaschäffer.com oder über Instagram und ich werde sie gerne hier im Podcast beantworten. Zehn Wege, um dich schön zu fühlen. Hallo am Mittwoch, toll, dass ihr dabei seid und Lust auf diese Folge habt. Kurze Frage vorab, wenn ihr den Podcast gerne hört, habt ihr schon eine Rezension hinterlassen bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Wenn nicht, ich freue mich total, wenn ihr das tut. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich möchte heute eine Folge machen, vielleicht weil es, ach nee, ich wollte gerade sagen, weil es Januar ist, es ist ja schon Februar, vielleicht weil es gerade so kalt und usselig ist. Ich dachte mir, ich möchte ein paar Impulse mitgeben, ein paar Wege vorstellen, um dich schön zu fühlen, um dich gut zu fühlen, um dich selber gnädig zu behandeln und den Fokus auf deine Stärken zu lenken. Wir werden über die Gedanken sprechen, die wir über uns selber haben, auch über die Gedanken dem eigenen Körper gegenüber. Wir nehmen ja die Welt um uns herum und auch uns selbst primär über unseren Verstand wahr und verarbeiten das dann in unserem Körper mit den Empfindungen, die wir haben und den Gefühlen, die wir haben, die durch unseren Verstand verursacht werden, durch unsere Interpretation dessen, was wir wahrnehmen, durch unsere Interpretation unserer selbst. Ein großer Teil unserer Lebenserfahrung findet in unseren Körpern statt. Und ich glaube, das ist total spannend, darüber nachzudenken, denn ich glaube, die meisten von uns denken, dass in der Welt zu sein bedeutet, dass wir die Welt irgendwie da draußen erleben, dass wir durch die Welt gehen, uns zeigen, Dinge ausprobieren, Dinge erleben und dass unsere Erfahrung der Welt die Welt ist. Aber in Wirklichkeit ist unsere Erfahrung der Welt das, was in unserem Gehirn und in unseren Körpern verarbeitet wird. So, das Thema Schönheit. Schönheit ist etwas sehr Subjektives. Und ich glaube, was wirklich, wirklich zählt, ist, wie du dich selbst fühlst. Also ein wichtiger Schritt, um sich selbst schön zu fühlen, besteht darin, mit dem ständigen negativen Denken uns selbst gegenüber aufzuhören. Also ich meine, die besonders kritischen Gedanken, die sich auf unsere Selbstwahrnehmung auswirken. Wir haben so viel Einfluss auf unser Gefühlsleben, auf unser Selbstbewusstsein, auf unser Selbstvertrauen. Ich glaube, wir denken häufig, dass wir jemand anderen brauchen, um uns schön zu fühlen, um unsere, der unsere Schönheit oder die unsere Schönheit reflektiert. Oder jemand anderen brauchen, um Träume wahr werden zu lassen. Zum Beispiel kann das ein Job sein, den wir ergattern. Oder der Mann oder die Frau in unserem Leben. Oder ein plakatives Beispiel, der Lotto gewinnen. Was auch immer es ist, an das wir eine ganz große Heilserwartung knüpfen und das mit einem Glücklichsein verbinden. Aber ich glaube, es gibt fast kein besseres Gefühl, als es selbst zu tun, sich selbst Träume erfüllen zu können, sich selbst den Rücken stärken zu können, wenn es darum geht, sich schön zu fühlen oder sich wertvoll zu fühlen oder sich als richtig zu empfinden. Niemand außer dir kann das konsequent schaffen. Und das Tolle ist, dass man sich auch selbst dafür wertschätzen kann, dass man bestimmte Ziele und Träume und Einstellungen erreicht hat. Auch deshalb, weil, und das ist eigentlich auch ein Kern dieser Podcast-Folge, weil, wenn wir bestärkender mit uns selbst umgehen und selbst mit Achtung begegnen, wir ganz andere Dinge schaffen können. Nicht zuletzt, weil wir sie uns einfach zutrauen. Und ich möchte, ja, mit dieser Folge eigentlich ermutigen, das Messer mal wegzulegen, dass wir uns so oft selber an die Kehle halten. Das Messer der Scham, das Messer der Schuld, das Messer der Angst. Freundlich zu uns selbst zu sein und nicht so viel Zeit mit dem Vergleichen zu verbringen, mit den Träumen, die sich nie erfüllt haben. Gibt es eine Möglichkeit, ganz damit aufzuhören? Ich fürchte, wahrscheinlich können wir nicht ganz damit aufhören, uns mit anderen zu vergleichen. Das scheint etwas ganz Natürliches zu sein, zu dem wir Menschen neigen. Aber was wir tun können, ist, sich selbst dabei zu ertappen und sich entweder ein bisschen zu trainieren, anders zu denken. Wie ihr wisst, geht da bei mir ganz viel Energie rein, hier auch im Podcast. Oder eben den Fokus so zu verschieben, dass du dich anders fühlen kannst. Also ertappen kannst du dich zum Beispiel, wenn du dich ärgerst über den Erfolg eines anderen oder peinlich berührt oder beschämt bist, wenn du nicht so erfolgreich bist oder nicht mehr erreicht hast als ein anderer. Oder wenn du dich unglücklich fühlst, wenn du über deine vermeintlichen Unzulänglichkeiten mal wieder nachdenkst oder dich mit dem Gedanken abfindest, weniger wert zu sein. Hier dürfen wir uns selber ertappen und das üben wir natürlich im Coaching. Was glaubst du, was du haben solltest, was dir im Moment fehlt oder was von anderen nicht anerkannt wird? Was glaubst du, hast du verdient, was du nicht bekommst? Wovor hast du Angst, dass du es vielleicht nie erreichen wirst? Und welche Entscheidungen in deinem Leben machst du für deine gegenwärtige Situation verantwortlich? Also der erste Schritt besteht vielleicht darin, zu versuchen, die Reaktion, die wir manchmal haben, wenn wir uns in negativen Gedanken verheddern oder in besonders kritischen Gedanken, also die Reaktion zu verstehen, anstatt uns direkt selbst dafür zu bestrafen, dass wir sie haben. Und dann können wir uns vielleicht fragen, was möchten wir gerne ändern? Oder wo sind wir bereit, eine Veränderung vorzunehmen? Der erste Schritt ist auch so, eine gewisse Beobachtungshaltung einzunehmen. Ich sage mir dann zum Beispiel, ah, guck mal, ich bin schon wieder ärgerlich, weil jemand anderes mehr Anerkennung bekommen hat als ich. Oder schau mal, interessant, wie ich mich schon wieder auf meinen Bauch und auf die Weichheit meines Bauchs konzentriere. Über solche Körpergedanken möchte ich gleich ein bisschen detaillierter sprechen. Ich möchte dir aber jetzt erst mal ein paar Impulse mitgeben, die es vielleicht ermöglichen, dir selbst etwas milder zu begegnen und dich schön zu finden. Diese Impulse sollen dir einfach helfen, dich selbst in einem positiveren Licht zu sehen. Also sprechen wir über das Gefühl. Wärme deinen Körper mit positiven Gefühlen auf. Vielleicht hilft dir allein dieses Bild schon. Wärme deinen Körper mit positiven Gefühlen auf. Wenn das deine Aufgabe wäre, die du bekommen würdest, wie würdest du sie angehen? Die Glückshormone, also wenn wir uns glücklich fühlen, wenn wir dankbar sind, wenn wir stolz sind, wenn wir voller Vorfreude sind oder wenn wir mitfühlend uns selbst gegenüber sind, eingestellt sind, dann kann das unsere Meinung über uns selbst und eine ganze Geisteshaltung verändern. Du fühlst dich körperlich besser, wenn du positive Gefühle finden kannst. Das ist ja jetzt keine neue Information. Das erklärt sich von selbst. Und trotzdem ist es vielleicht nochmal interessant, sich vor Augen zu fühlen, dass wenn wir uns körperlich besser fühlen, wenn wir uns körperlich gelöst fühlen, dass wir uns auch wir selbst, also unsere Geisteshaltung, unsere emotionale Verfassung, dass wir uns als Ganzes besser fühlen. Deshalb erwähne ich auch immer wieder TAE, weil genau das passiert. Wenn wir uns körperlich besser fühlen, verbundener mit uns selbst fühlen, gelöster empfinden, wenn wir den Stress in uns reduzieren können, wieder freundlicher gegenüber unserem eigenen Körper eingestellt empfinden, dann ändert sich auch etwas an unserem Gefühl zu uns selbst, an unserer Freundlichkeit zu uns selbst. Auch in Bezug auf das Gewicht übrigens ein interessantes Thema, mehr mit Gefühlen in Kontakt zu kommen, die auf der Matte während des TAE-Prozesses gefühlt werden dürfen, die ihren Raum bekommen, die dann nicht mit Dingen zugedeckt oder überlagert werden müssen für all die emotionalen Esser unter uns. Wenn jetzt also das deine Aufgabe wäre, dich mit positiven Gefühlen aufzuwehren, wie würdest du das angehen? Wir haben vielleicht alle unterschiedliche Lösungen. Du kannst auch dein Gedächtnis nutzen, um das Gefühl in dir zu verändern. Erinnere dich zum Beispiel an jemanden, der dich inspiriert hat, inspiriert hat vielleicht dazu, dein Leben zu ändern oder du erinnerst dich an einen Lieblingsort oder einen Moment, der dir einfach besonders am Herzen liegt. Erinnere dich vielleicht an eine Zeit, in der du mutige Entscheidungen getroffen hast und erlaub diese Erinnerungen, welche auch immer es sind, in dein Herz zu sinken, bis du dein Herz warm und voll fühlen kannst und dich mit einem positiven Gefühl aufwärmen kannst. Wie kann sich sonst ein Gefühl in dir verändern? Über unser Denken möchte ich gleich nochmal ein bisschen im Detail sprechen, aber ich möchte dich ermutigen, mal ganz bewusst über deine Werte nachzudenken und zu überlegen, lebe ich nach meinen höchsten Werten? Was ist für mich am wichtigsten? Welche Werte schätze ich? Woran möchte ich mich ausrichten? Wenn du dir Gedanken darüber machst, was andere denken, das tun wir natürlich auf eine Art und Weise alle, aber wenn wir dem zu viel Gewicht geben, dann messen wir uns vielleicht an deren Werten. Finde stattdessen heraus, was dir am wichtigsten ist oder besonders wichtig ist und hab den Mut, auf diesem Weg zu bleiben. Was sind deine Werte? Woran möchtest du dich ausrichten? Und sei nett zu dir. Auch wenn du dich zwischendurch ablenken lässt, auch wenn wir immer mal wieder in den Vergleich finden oder uns unterordnen. Sei nett zu dir selbst. Und ich möchte dir sagen, du darfst beziehungsweise du kannst deine Denkweise ändern, indem du versuchst, dich auf das Positive zu konzentrieren, anstatt nur das Negative vielleicht an dir zu sehen. Das hat nicht speziell mit deinem Aussehen zu tun, obwohl es das eben auch sein kann, aber je mehr du dich auf das konzentrieren kannst, was du gut kannst, wofür du dankbar bist, desto mehr Selbstvertrauen darf wachsen und desto schöner wirst du dich fühlen, weil du dich selber wieder schätzen kannst. Schönheit kommt ja wirklich von innen. Also deine Ausstrahlung, das ist dein ganzes Kapital. Ganz gleich, wer du bist oder wie du aussiehst. Deine Einstellung ist der Schlüssel zu deinem Schönfühlen, zu deiner Schönheit und eben auch deinem Auftreten in der Welt. Dann ein nächster Punkt, ganz wichtig, deine Körperhaltung. Aufrecht stehen, aufrecht sitzen. Unser Gehirn meldet sich ständig beim Rest unseres Körpers, um herauszufinden, wie wir uns fühlen. Und wenn die Körperhaltung aufrecht ist, dann lautet die Botschaft, ich fühle mich gut, ich fühle mich gut mit mir selbst. Es gibt eine Studie, bei der die Probanden, die aufrecht auf ihren Stühlen gesessen haben, anstatt so ein bisschen zusammengebeugt rumzulümmeln, dass diese selbstbewusster waren, was ihre Aussagen anging. Also wenn du die Schultern zurücknimmst, deine Brust offen hältst, ich finde, da ändert sich direkt ein Gefühl zu uns selbst und außerdem wirken wir auch ein bisschen größer und länger und schlanker und selbstbewusster. Also was kannst du für deine Haltung tun? Ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, wie ich mich tatsächlich auch stärker, also gewappneter, selbstbewusster fühle, wenn meine körperliche Kraft durch den Sport steigt. Da gibt es einfach eine direkte Korrelation. Und dann möchte ich etwas zu dem Blick, zu dem Blick im Spiegel sagen, zu unserem Spiegelbild, dass wir uns angewöhnen dürfen, nicht so sehr eine Beurteilerin zu sein, eine Richterin zu sein, sondern vielleicht ein bisschen mehr in die Rolle einer Beobachterin zu finden. Ja, wir gucken in den Spiegeln und wir urteilen nicht direkt gut, schlecht, schön, hässlich, sondern vielleicht versuchen wir uns ein bisschen mehr auf die Fakten zu konzentrieren. Ja, ich sehe hier einen Oberschenkel, ich sehe hier einen Oberkörper, ich sehe meinen Körper. Wir dürfen uns doch mal unsere Gedanken bewusst machen. Also Gedanken, die sich ständig einschleichen, die überhaupt keine neutralen Tatsachen sind, so wie wenn ich meinen Oberschenkel sehe und meinen Oberkörper sehe, sondern Gedanken, die du immer wieder hast, wie zum Beispiel meine Oberschenkel sind zu dick, meine Beine sind zu kurz, ich bin nicht groß genug, ich habe zu viel Falten, mein Hintern sieht nicht gut aus, mein Bauch sieht nicht gut aus, ich bin nicht braun genug, wie auch immer. Also es gibt einmal die Liste von Fakten, wenn wir in den Spiegel schauen, die neutral sind, die die neutrale Faktenlage sind und dann hast du eine Liste von Gedanken, die aufgrund deiner Gedanken über deinen Körper Emotionen in deinem Körper auslösen. Dein Körper ist erstmal weder positiv noch negativ, sondern wir erschaffen Positives und Negatives mit unserem Gehirn, mit unserer Interpretation, damit wie wir aussehen sollten oder wie viel wir wiegen sollten oder wie wir uns fühlen sollten oder ob wir uns die ganze Zeit wohlfühlen sollten. Das ist ein Gedankenwirrwarr. Schau mal, was du mit deinen Gedanken machst. Schau, wie mächtig deine Gedanken sind und wie sie deine Gefühle in dir auslösen. Und mach dir bewusst, wie wir über uns und unseren Körper nachdenken. Das prägt zu 100 Prozent unser Gefühl, das wir zu uns selbst haben. Wenn du zum Beispiel eine Narbe hast, kannst du entscheiden, ob sie ein Makel ist oder einfach nur eine Erinnerung an eine Erfahrung, eine Verletzung, eine Zeit. Vielleicht ist es hilfreich für dich, deine körperlichen Merkmale, deinen Körper so zu betrachten, wie du es mit einem Kind oder mit einem Freund, mit einer Freundin tun würdest. Also mit Unschuld, mit Wertschätzung und Akzeptanz, nicht mit Kritik. Leichter gesagt als getan, das weiß ich. Das ist die Arbeit, die wir im Coaching tun. Es gibt also Gedanken über deinen Körper und dann gibt es deinen tatsächlichen Körper. Das möchte ich mit dieser kleinen Sequenz ausdrücken. Bewusst über euren Körper nachzudenken und zu entscheiden, was ihr über euren Körper denkt. Das ist eine wunderschöne Sache. Finde also etwas, was du bewundern kannst an dir selbst. Natürlich wissen wir alle, dass Menschen, die mit ihrem Aussehen unzufrieden sind, sich beim Blick in den Spiegel auf die ganzen vermeintlichen Makel konzentrieren. Das Gehirn ist da ganz schnell. Versuche also aktiv, deinen Blick auf das oder auf die Merkmale zu richten, die du magst an dir. Und wenn dann deine Augen etwas wahrnehmen, was dir gefällt, etwas, was du tatsächlich schön findest, dann springt direkt das Belohnungssystem in deinem Gehirn an und schüttet Wohlfühlhormone aus. Der nächste Punkt. Mach öfters mal ein fröhliches Gesicht. Ganz extra. Es ist kein Geheimnis, dass wir auf andere Menschen warm und einladend wirken, wenn wir lächeln. Was ebenfalls dazu beitragen kann, dass wir wahrgenommen werden, dass wir gesehen werden. Aber es ist genauso wahr, dass wir die gleichen Vorteile haben, wie selbst, die wir lächeln, wenn wir eben in einen Spiegel schauen zum Beispiel und uns selbst anlächeln oder wenn wir durch die Straßen gehen und einfach ein fröhliches Gesicht haben. Wir alle durch die Bank weg finden lächelnde Gesichter attraktiver als nicht lächelnde. Und so ein Lächeln, das hebt nicht nur die Muskeln um die Augen und die Lippen, was zu so einem frischeren, jugendlicheren Aussehen führt, sondern es erzeugt eben auch einen inneren Wohlfühleffekt. Das Gehirn erhält durch diese Muskelkontraktionen einen sofortigen Stimmungsaufschwung, der sich natürlich weiter fortsetzt, wenn die Menschen dann auch noch zurücklächeln. Also knippst das Licht in deinem Gesicht an für gute Gefühle in dir, für deine Schönheit und für die Wärme, die du anderen Menschen damit mitgeben kannst. Und erinnere dich immer mal wieder, tief zu atmen. Ich spreche häufig über eine flache Atmung im Stress. Eine zu flache Atmung äußert sich nicht nur negativ darauf, wie wir uns in unserem Körper fühlen, wie viel Stress wir empfinden, aber eben auch durch Verspannungen im Gesicht, im Hals, in den Schultern auch, aber auch im Gesicht. Also ich sehe das zum Beispiel stark an meinen Lippen. Wenn ich gestresst bin, wenn mich etwas anstrengt, psychisch, körperlich, wie auch immer, dann verspannt sich automatisch mein Gesicht und meine Lippen werden schmal. Also als ästhetisches Merkmal, die Folge heißt ja 10 Impulse, um dich schön zu fühlen. Wenn ich dagegen immer mal wieder tief und langsam atmen kann, dann wirke ich auch, dann sehe ich auch entspannter aus. Meine Gesichtsmuskulatur kann sich entspannen. Ich bin schöner. Ich fühle mich schöner. Ich fühle mich besser. Nimm dir also vielleicht jetzt in diesem Moment einfach mal Zeit, ein paar Mal tief durchzuatmen. Vielleicht fünf Mal zählst du bis vier beim Einatmen und bis sechs beim Ausatmen, um deine Muskulatur und Körper ein bisschen zu lösen, aber auch, damit sich deine Gesichtsmuskulatur etwas entspannen darf. Dann ein ganz wichtiger Punkt für mich zumindest, um dich schön zu fühlen, ist, sag einfach Danke, wenn du ein Kompliment bekommst. Wenn du jetzt einem Kind ein Kompliment machst, vielleicht ein Kompliment zu ihrem Kleid, dann antwortet das Kind, das Mädchen nicht, oh ja, es passt mir aber eigentlich nicht so ganz oder echt, das ist ein ganz altes Stück, sondern sagt vielleicht Danke, schau dir meine Schuhe an, schau dir meine Zöpfe an. Habe ich dir schon erzählt, dass ich das drittgrößte Mädchen in der Klasse bin? Also schau doch mal, ob du auch dazu neigst, Komplimente direkt abzuwimmeln oder klein zu reden. Hör auf, Lob über dich, vielleicht dein Aussehen, aber auch deine Arbeitsleistung oder deinen Einsatz. Versuch dieses nicht abzuwehren, sag einfach Danke. Wenn jemand dir ein Kompliment macht für deine schönen Haare oder für deine strahlenden Augen oder für deine kluge Antwort oder für dein Durchhaltevermögen bei einer Verhandlung, was auch immer. Du und dein Bewunderer, deine Bewundererin, ihr werdet euch beide gut fühlen, wenn ihr Komplimente austauscht. Außerdem schafft das auch so eine gewisse positive Verstärkung, die beide Parteien dazu bringt, einfach öfter Komplimente zu machen und anzunehmen. Wenn du also das Glück hast, ein Kompliment zu erhalten, dann reagiere nicht so darauf, indem du auf deine Schwächen hinweist. Wenn du in der Lage bist, ein Kompliment anzunehmen, dann würde ich sagen, ist das ein guter Beweis dafür, dass sich deine geistige Gesundheit in Bezug auf dein Selbstbewusstsein verbessert. Umgekehrt ist es übrigens auch eine sehr gute Idee, Komplimente zu machen. Du kannst damit nicht nur jemandem den Tag ein bisschen verschönern, sondern auch dich selbst froh machen, indem du ein Kompliment austeilst. Die Selbstachtung, sich selbst zu schätzen, das bedeutet, dass man von sich selbst so denkt, wie von jemandem, den man cool findet, den man großartig findet, den man einfach gut findet. Du kannst nicht kontrollieren, wir alle können leider nicht kontrollieren, was die anderen Leute von uns denken. Auch wenn wir es richtig, richtig am richtigsten machen, darf der andere immer noch entscheiden, wie er über dich denken möchte. Und wir wollen natürlich alle, alle wollen, dass andere Menschen uns toll und großartig finden, damit wir uns gut fühlen, damit wir uns angenommen fühlen, damit wir uns akzeptiert fühlen. Aber was wäre, wenn du selbst lernen kannst zu denken, dass du toll und großartig bist. Nicht toller oder großartiger als irgendjemand anders, aber ebenso toll und großartig wie jemand anders. Einige von uns glauben immer noch, dass Scham, Selbstkritik uns vielleicht irgendwie zu einer positiven Veränderung leiten könnte. Vielleicht, dass es sowas in Richtung Ansporn für uns bereithält. Und diesen Stachel möchte ich jetzt dir ziehen. Wir denken also vielleicht, wenn wir uns erlauben, so zu sein, wie wir sind, wenn wir uns einfach selbst akzeptieren, wenn wir die Realität, wie wir sind, akzeptieren und uns damit abfinden oder sogar gut finden, wie wir sind, dann werden wir aufhören, uns zu verbessern und nach etwas Größerem zu streben. Und wir werden stagnieren und resignieren. Und ich glaube, dieser Gedanke, das ist ein totaler Zirkelschluss. Das ist totaler Quatsch. Du willst dich doch vor allem verbessern, weil du glaubst, dass du dich dann mögen wirst, dass du dann gut genug sein wirst. Richtig? Wenn du dich also schon mögen würdest, dann gäbe es ja keinen Grund, besser sein zu müssen, schöner sein zu müssen, perfekter sein zu müssen. Das ist ja so, als würdest du irgendwo hinrennen, hinspurten und trotzdem nicht weiterkommen. Und ich sage dir, hey, guck mal, hier ist ein Flugzeug, ich kann nicht einfach zu deinem Ziel fliegen. Lass uns einfach einsteigen. Und du sagst, nee, nee, ich muss weiterlaufen, ich muss weiterspurten, damit ich ankomme. Und ich sage, nee, wir können einfach hinfliegen. Du könntest jetzt schon dort sein. Und du sagst, nee, nee, ich kann nicht aufhören zu rennen, weil ich muss doch dort ankommen. Das ist das, was man sich mit dem Zirkelschluss meine, dass dieses Denken ausmacht. Du denkst, dass du dich verbessern musst, verschönern musst, versonst was musst, damit du dich gut fühlen kannst. Damit du glücklich bist. Damit du dich mit dir gut fühlst. Der Grund, warum du dich nicht gut fühlst, sind die fürchterlichen, selbstkritischen Gedanken, die du hast, nämlich, dass du dich verbessern musst. Dass du besser sein musst. Richtiger. Wenn du diese Gedanken aufgeben könntest, stellen wir uns vor, wir hätten diese Gedanken nicht, dann würdest du dich gut fühlen. Das ist also komplett verkehrt rum. Wovon ich spreche, ist, dass Scham und Angst, sogenannte negative Emotionen, ich nenne es einfach mal schwierige Gefühle, die durchaus auch ihren Raum bekommen müssen, dass diese allerdings nicht zu positiven Handlungen führen. Das heißt, wenn wir uns selbst kritisieren, dann fühlen wir uns doch noch schlechter. Und wir verhalten uns entsprechend, indem wir das Verhalten, das wir kritisieren, noch mehr manifestieren. Wenn du dich zum Beispiel selbst heruntermachst, weil du unproduktiv bist, was folgt daraus? Du schämst dich vermutlich. Daraufhin vermeidest du deine Arbeit, deine To-dos vielleicht noch mehr, du ekelst dich ein. Denn das tun Menschen, wenn sie sich schämen. Sie sind jetzt noch unproduktiver. Selbst wenn es wahr wäre, dass du dich ändern müsstest, dann würde es dir nicht helfen, und dich selbst zu kritisieren. Es hat den gegenteiligen Effekt. Wir kommen nicht in eine positive Handlung. Wir kommen nicht in ein positives, produktives, motivierendes Handeln. Das ist also die eigentliche Wahrheit richtig. Eine positive Selbsteinschätzung, also sich selbst zu schätzen, ist nicht nur wichtig, weil wir uns damit besser fühlen. Sie hilft uns auch, Dinge zu erreichen, die wir vielleicht nie für möglich gehalten hätten. Also ich weiß, dass das für mich hundertprozentig der Wahrheit entspricht. Es ist genau das Gegenteil von dem, was du vielleicht denken magst. Du denkst, ich bin einfach noch nicht gut genug. Ich muss besser werden. Aber du kannst mit einer ganz anderen Energie in deine Handlung gehen, wenn du an dich selbst glaubst, wenn du dir selbst Mut zusprechen kannst, wenn du dir selbst vertrauen kannst. Du denkst, dass du dein Leben durch Selbstkritik verändern kannst. Naja, verändern vermutlich schon, aber nicht verbessern. So. Jetzt bin ich ein bisschen vom Weg abgekommen. Ich möchte noch, ja, ich glaube ein, zwei kleine Tipps geben, um dich vielleicht heute oder morgen schön zu fühlen. Ich möchte dafür plädieren, ein bisschen mehr Farbe im Alltag zu tragen. Ja, ich rede jetzt nicht von pinken Anzügen, obwohl ehrlich gesagt ich liebe sowas, sondern es ist einfach vielleicht kleine Farbtupfer, die dein Gesicht, deine Stimmung aufhellen. Ich weiß, dass ich von, glaube ich, 20 bis 30 nur schwarz getragen habe. Ja, ich habe in der Mode gearbeitet und das war ganz cool. Dachte ich damals, fand ich damals. Heute kann ich schwarz fast nicht mehr sehen. Also wenn dann nur in Kombinationen oder als kleines schwarzes oder so. Ich liebe Farbe. Also wähle Kleidung, mit der du dich selbstbewusst fühlst. Das ist so ein wichtiger Schritt, um deine Selbstwahrnehmung zu verbessern. Und das Gefühl, schön zu sein, selbstbewusst zu sein, das kann auch ein bisschen mit Farbe unterstützt werden. Zum Beispiel mit Rot. Rot steht für die Weiblichkeit, für Stärke, für Sinnlichkeit. Du kannst Rot tragen, um ernst genommen zu werden, weil du mit einer anderen Haltung vielleicht in deinem Alltag auftrittst. Oder ja, es kann dir einfach ein Gefühl der Ermächtigung geben. Also finde Kleidung, in der du dich wohlfühlst, in der du dich schön fühlst. Mein Bruder heiratet zum Beispiel nächsten Monat und ich bin dabei, Kleider anzuprobieren. Manche sehen komplett trostlos und unvorteilhaft aus. Und dann gibt es wieder mal eins, bei dem ich denke, yes, finde Kleidung, die zu dir passt, mit der du dich wohlfühlen kannst. Und als letzten Punkt, beziehungsweise vorletzten Punkt, möchte ich noch anreißen. Hab einfach, trau dich ein bisschen mehr oder integriere ein bisschen mehr Spaß in dein Leben. Das Leben muss nicht immer so ernst sein. Man darf auch Spaß haben. Auch wenn du Mama bist und gleichzeitig versuchst, einen Vollzeitjob zu halten oder sonst einen super anspruchsvollen Job hast, manchmal muss man auch einfach die lustige Seite der Dinge sehen. Und manchmal ist das vielleicht leichter gesagt als getan. Aber wenn wir lachen können, dann fühlen wir uns direkt viel leichter und besser und widerstandsfähiger. Also sich schön zu fühlen, hat auch viel damit zu tun, wie ich schon mehrfach angerissen habe, wie wir uns fühlen. Nochmal, wenn du dich wohlfühlen willst, hilft lachen und das Leben zu genießen und du wirst automatisch anfangen zu strahlen und alles wird ein bisschen heller erscheinen. Der letzte Punkt und dann gebe ich noch eine kleine Mini-Übung mit, möchte ich noch mal sagen, wähle deine Freunde, deine Beziehung mit Bedacht. Es ist total schwer, sich mit seinem Aussehen wohlzufühlen, wenn man von Menschen oder einem Menschen umgeben ist, der dein Aussehen kritisiert. Also verbring vor allen Dingen Zeit mit Menschen, die selbstbewusst mit ihrem Körper umgehen, die ein gutes Selbstwertgefühl haben und du wirst feststellen, dass du viel einfacher, viel besser ihrem Beispiel folgen kannst. Die Belastung durch eine besonders kritische Person in deinem Leben, das kann dich wirklich daran hindern, dich gut zu fühlen. Und wenn es Menschen gibt, die dich ständig herabsetzen, die unhöflich zu dir sind, die immer wieder auf deine Schwächen hinweisen müssen oder einfach einen schlechten Einfluss auf dein Selbstwertgefühl haben, dann tu dein Bestes, um diese Menschen ein bisschen, was heißt ein bisschen, tu dein Bestes, um diese Menschen aus seinem Leben zu verbannen oder weniger Zeit mit ihnen zu verbringen. Mit so jemandem willst du nicht zusammen sein oder befreundet sein oder generell Zeit verbringen. Noch wichtiger, dass du den Menschen, die dich unterstützen, die dich aufbauen, die dich aufheitern, den Vorrang gibst. Das kann dein Selbstvertrauen sofort stärken. Und wenn du nicht mit der Liebe und dem Respekt behandelt wirst, den du verdienst, dann überprüfe vielleicht auch mal das Preisschild, das du dir selbst umgehängt hast. Vielleicht hast du dich selbst herabgestuft, vielleicht hast du dich selbst zu günstig angeboten. Du selbst bestimmst auch deinen Wert durch das, was du von außen von anderen akzeptierst. Das durfte ich sehr eindrücklich lernen. Also verlasse das Ausverkauf-Regal oder die Ausverkauf-Section. Geh hinter die Glasvitrine, da wo die richtig wertvollen Gegenstände aufbewahrt werden. Schätz dich selbst. Martha Beck, das ist eine Soziologin und Psychologin und sozusagen der erste, die erste Life-Coach, die es gab, die es immer noch gibt. Sie lehrt ein Konzept, das sich If You Spotted, You Got It nennt. Also wenn du es irgendwo sehen kannst, dann hast du es. Und das ist der letzte schöne Impuls, den ich dir jetzt mitgeben möchte. Eine kleine Praxisübung. Und der Grundgedanke ist, dass man, wenn man etwas, ja erstmal egal was, in jemand anderen sieht, eine Eigenschaft sieht, dass man diese auch ein bisschen in sich selbst hat. Das kann sich auf etwas Negatives beziehen, wenn man sich über jemanden wirklich ärgert. Ja, das ist Projektion. Man sieht etwas bei dem anderen, das man an sich selbst nicht so richtig mag. Aber es funktioniert auch im Positiven, wenn du in jemand anderem etwas siehst, das du bewunderst. Eine Eigenschaft, eine Fähigkeit. Dann siehst du eine Fähigkeit, die du auch hast, die ebenfalls in dir angelegt ist, die du aber vielleicht noch nicht selbst an dir selbst erkennen kannst. Und dieses Konzept gefällt mir wirklich besonders gut. Ich habe es in meinem eigenen Leben und im Coaching immer wieder als wahr empfinden können. Und ich möchte es hier ein kleines bisschen anteasern. Es funktioniert nämlich so, ich möchte, dass du jetzt an jemanden denkst, den du schätzt oder bewunderst. Einen Mentor, ein Freund, eine Freundin, wer auch immer es ist, jemand, den du bewunderst. Und du schreibst jetzt mal auf ein Papier oder in dein Handy, wie auch immer, fünf Dinge auf, wenn du an diese Person denkst. Positive Dinge, die du bewunderst, die du respektierst, die du gerne auch hättest. Fünf Dinge. Und dann als nächstes schreibst du diese Liste in der ersten Person um. Wenn deine Liste zum Beispiel irgendwas in die Richtung lautet, sie ist klug, sie ist witzig, sie hat viel Mitgefühl für andere, sie gibt tolle Ratschläge, sie ist schön. Das habe ich jetzt nicht absichtlich gedacht, aber das sind zum Beispiel Dinge, die ich jetzt über mich denke. Das sind ebenfalls Dinge, die ich über andere Menschen denke. Aber genau, so funktioniert die Übung. Das heißt, du hast eine Liste. Zum Beispiel, sie ist klug, sie ist lustig, sie hat viel Mitgefühl für andere Menschen, sie gibt tolle Ratschläge und sie ist schön, genau. Dann schreibst du jetzt diese Gedanken in die erste Person um. Ich bin klug, ich bin lustig, ich habe viel Mitgefühl für andere Menschen, ich gebe tolle Ratschläge, ich bin schön. Vielleicht sind es teilweise Gedanken dabei, die kannst du noch nicht so richtig glauben. Aber wenn du jetzt erstmal akzeptierst, dass Martha Beck eventuell weiß, wovon sie spricht, dann darfst du jetzt vielleicht diesen Gedanken für dich akzeptieren, dass du diese Dinge an anderen Menschen, an einem anderen wundernswerten Menschen bemerken kannst, weil du auch einen Funken davon in dir selbst hast. Und so funktioniert Resonanz. Und was, wenn du jetzt nach Beweisen dafür suchst, dass du diese Qualitäten auch hast? Jetzt gerade. Welche Beweise kannst du für deine Liste finden? Ich bin klug, ich bin lustig, ich habe viel Mitgefühl für Menschen, ich gebe tolle Ratschläge, ich bin schön. Wie würde sich dein Selbstgespräch verändern? Wie würde sich deine Vorstellung von dir selbst ändern? Wie würde sich deine Beziehung zu dir selbst, zu deinem Körper verändern? Und was wäre, wenn du beschließen würdest, dass du dir selbst den Rücken stärkst, so wie du es mit einem guten Freund machen würdest, wie du diesen oder dieser den Rücken stärkst? Das heißt nicht, dass du, dass es nicht auch Verhaltensweisen gibt, die du nicht so toll findest oder dass du immer mit einem bestimmten Vorgehen einverstanden bist. Aber wie ist es denn mit deiner Freundin, mit deinem Freund, wenn diese zum Beispiel etwas macht, was du nicht so toll findest oder was du anders gemacht hättest? Denkst du dann sofort, oh, was für eine dumme Ziege. Ich hasse sie. Sie ist so eine Verschwendung von Ressourcen. Sie hat keine Liebe verdient. Ist es das, was du zu deiner Freundin sagst? Ich denke nicht. Aber das ist häufig das, was wir uns selbst antun. Also, sei nett zu dir selbst. Selbstverständnis oder Selbstachtung oder Selbstliebe, das ist nicht etwas, was sich über Nacht entwickelt. Aber vielleicht der bloße Gedanke an diese kleine Übung von Martha Beck und der Gedanke, dass du toll bist, dass du schön bist, das wird dann oder es bereitet dein Gehirn schon ein bisschen darauf vor, solche Glaubenssysteme zu entwickeln. Einfach, weil wir es schon mal gedacht haben und wir vielleicht zusammen, gemeinsam, wer weiß, üben können, solche Gedanken immer wieder zu denken. Also nochmal auf das Bild des Messers zurückzukommen. Lass das Messer los, das du dir möglicherweise selbst an die Kehle hältst. Denk daran, dass du einfach ein Mensch bist, der sein Bestes gibt und der einen wahnsinnig gut funktionierenden Körper hat, der so viel leistet und durchhält und ermöglicht, den du schätzen und liebevoll betrachten und schön anziehen kannst. Und ich hoffe, die Impulse heute haben ein bisschen, haben ein Lächeln in dein Gesicht gezaubert, vielleicht das ein oder andere Aha-Gefühl in dir aufrufen können. Und ja, wenn dir gefällt, was du hier im Podcast lernst, dann musst du unbedingt mal auf meiner Webseite vorbeischauen. Das Jahrescoaching zum positiven Selbstbild und dem stärkenden Denken und Fühlen und Handeln, das beinhaltet so viele Konzepte, die ich hier im Podcast anreiße. Und da kannst du individuelle Hilfe bei der Anwendung der Konzepte auf dein eigenes Leben erhalten. Und ja, hier kannst du aber auch ganz neue Coaching-Tools kennenlernen, die im Podcast nicht vorgestellt werden. Und ja, schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche, bis Mittwoch. Hat dir diese Folge weitergeholfen? Kennst du vielleicht jemanden, der auch davon profitieren könnte? Dann teile sehr gerne, was für dich hilfreich war. Teile diese Folge. Wir alle sitzen im selben Boot. Und wenn du diesen Podcast gerne hörst, dann musst du dir unbedingt den Jahreskurs zum Umsetzen all dieser Konzepte und dem Material aus dem Podcast ansehen. Das ist mein monatliches Coaching-Programm, bei dem wir all dieses Material nehmen und es in Anwendung bringen. Wir studieren es gemeinsam. Also schließ dich mir an im Januar und stärke deine mentale Muskulatur, deinen Vertrauensmuskel. Wenn es darum geht, einen optimistischen, einen bestärkenden, einen unterstützenden Blick auf dich selbst und auf die Dinge zu erlangen, die noch auf dich warten, besuch mich jetzt auf meiner Webseite auf www.karlajohannaschäffer.com slash Einzelcoaching. Ich freue mich mit dir in dieses neue Jahr zu gehen. Wir sehen uns dort. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.